So, hallo Leute, ich muss nur kurz auf dem Wasser aufmerksam machen. Es gibt ein neues PS Plus Bundle. Das heißt, wenn ihr PS Plus habt, kriegt ihr die Hack-Perfektion. Diese Spitzhacke, selten. Dann ein Emoji. Was? Ist vom, äh, von dem, was hieß, zwei Skin, wo haben wir den, ja, den Punk-Patroller. So, jetzt kommt noch eine schöne Lackierung, kriegt man hier, Patrouille-Sicht, so wie man es sieht. Schön in Farben, Blau und Weiß. Äh, guck ich mal. Äh, zeig ich am besten mal, wie das alles so aussieht. So sieht das aus. Sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Auf der Pistole sieht es auch nicht schlecht aus. muss ich sagen, so, ich führe das Weiß so und dann so der Strich durch für, äh, für das Blau. So, dieses Zeichen in Weiß, da komme ich gleich zu. Ah, war ich da. Denk mal, Frau Käthe, das sieht jetzt nicht so der Hit aus, aber jeder hat seinen eigenen Geschmack, ne. So, jetzt zum, warum steht die jetzt so voll davor? Da, hier dieses, dieses Zeichen kriegt man noch, also diesen Banner von dem PS-Plus-Paket. Äh, leider kein Skin, aber dafür eine schöne Spitzhacke, eine Lackierung, ein, ja, Emoji, fliegendes. Und halt den Banner, so, äh, ja, im Moment gibt es nicht mehr. Ich denke mal, nächstes Season, oder perfekt zum PS5-Start, wird es ein neues Bundle geben, ansonsten, ja, kümmert sich die Gönnen, denke ich mal.